Ein Individuum tritt einer radikalisierten Gruppe nicht allein aufgrund geteilter ideologischer Anschauungen bei. Ausschlaggebend sind oft persönliche Kontakte, durch die das Individuum schrittweise in die Gruppe geführt wird. Durch den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses und gemeinschaftlich verbrachter Zeit übernimmt das Individuum zunehmend die Wahrnehmungen, Einstellungen und Werte der Gruppe. Die dabei entstandene starke Bindung im Inneren der Gruppe schafft wiederum eine ausgeprägte Abgrenzung nach außen. Diese Abgrenzung kann sich durch negative Erfahrungen mit gesellschaftlichen Akteuren, die als diskriminierend oder repressiv wahrgenommen werden, verstärken. Um wiederum auf die Gesellschaft einzuwirken und neue Mitglieder aus der breiten Bevölkerung zu rekrutieren, nutzt eine radikalisierte Gruppe gesellschaftlich etablierte Codes, die zunehmend aus dem Bereich der Popkultur stammen. Dabei nutzen sie radikalisierende Narrative, also ideologisch geprägte Erzählungen, die sich gruppenübergreifend beobachten lassen. Diese Narrative richten sich vor allem gegen die Pluralität der Gesellschaft. Wie können diese Entwicklungen im Detail beschrieben werden?